Da hinten wäre der Nächste. Da hinten wäre der Nächste. Ist aber ein netter Stun, den ich da machen kann mit meinem Schrei, ne? Aber wie gesagt, da brauche ich 10 Aufladung. Nummer 1 sind wir fertig. Okay. 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 Der kann aber auch ganz schön gut ausheilen, der Hund. Der kann aber auch ganz schön gut ausheilen. Die holen wir uns hier. Weil die Magier sind zu relativ. Die nächste Skill nicht aktiviert, macht mehr Schaden. Der kann auch ganz schön gut ausheilen. Der kann auch ganz schön gut ausheilen. Der kann auch ganz schön gut ausheilen. Ja der haut ganz gut rein. Der hat sogar was blaus gedroppt. Ja, aber wieder keine Party-Settings. Das ist gut. Warum? Supermind-Sprung war nicht ready. Du bist ja nicht gestorben. Oh, das ist dann direkt das Gift wieder. Ja. Ja, ist klar. Das wird auf mich aufhören. Er rennt von mir weg, der Hund. Oh, er hat resettet echt. Heftig. Oh, nee. Oh, nee. Frippi hat sich eingeloggt. Vielleicht kommt er jetzt online. Ähm, Moment, der ist ja schon online. Fail. Mhm. Fallenflaschen? Ja. 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 Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja. Ja. Ich ziehe da einfach so ab. Ja. Ja. Ja, vielleicht gehe ich doch nicht ins Bett, morgen weiter. Okay, Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe sie gar nicht gesehen, ja, wie hier. Ja, die standen miteinander. Die sind völlig hilflos. Ich frage mich, ob das sie wollte. Ich frage mich, ob das sie wollte. Ich frage mich, ob das sie wollte. Ich frage mich an. Fertig mal an. Ja, ich frage mich an. Oh nein, da sind die Spinnen. Klappt aber nicht. Aber nice try. Oh nein, ja so wie das. Zwergenhafte Omen, man muss ja fair sein. Die Giftpfeile ist auch so eine Sache für sich. Das war's für uns. Nice. Was ist das? Wer lacht, wenn wir uns die hier nicht holen, oder? So ein Muster. He? Oh, der Kass ist doch wohl ins Dritten Leger. Wo? Hm. Verschwende. Stopp! Besuch und Entschuldig. Beoc英. Bis Ende ist. Das war's. 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 ... 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 war es ein Schwupp. Ist heute das? Alter, ab jetzt langsamer! Jetzt wird er dann langsam kritisch. Ja, jetzt muss ich mal Mana sammeln, ey. Vorsicht, da kommt die Dritte. Warte. Ey, da geht's voll gut, ich bin so knapp bei Mana. Mana, 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 Mana. Für sich gegenseitig gegen. Oh moll. Ja, aber schnell noch das Gold aufheben. Haha, ja. Man sagt muss es sein, ne. Haha. Haha. Oh, dass ich gegenseitig bin. Mach doch mal instant. Boah, der hat ne Reich mit dem Oma, ne. Ja. 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 Perfekt. Und, wurde das jetzt auch gefrepst? Natürlich. Ja, aber wir hätten hier loslassen könnte, ne. oh 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 ich hänge an dir fest naja komm da kann nichts vorwenden Das war's für heute. Wow! Heinebar! Yes! Tanken Tanking at its best I have done it, I don't know Did I have to lose him or It is just not a problem Da krieg ich jetzt die ganze Krista aus Wir sind noch nicht sinnvoll, sich in den Kopf hätten Es war als Gegner zu machen Noch nicht Alter Du gehst irgendwie einfach Alter im Kampf kann ich nicht mehr Krista nicht mehr wechseln Hallo Der rasiert mir die Rosette Ja, das geht Krippi hat doch immer einen Ausrebefahrt Der ist ein bisschen agiler als Gegner Liegt vielleicht daran, dass er gerade umraged Aber ne Ist ne Rattus Mach mir hier nen Dicken Ich wollte gerade ran um ihn zu stannen Aber das war ne schlechte Idee Autsch Also das mit dem Agro halt müssen wir echt nochmal üben Was? Ja, ich war grad auf Range Hab seine Range fix gemacht War das Ja Trotzdem musst du es schaffen die Agro zu halten von dem Einfachen DD Ich hab nicht äh Bitte? Ein einfacher DD? Hehehehe Wow Hehehehe 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 Next one please Da kam der hier geflogen und hat Ach verdankt Oh ein dritter auch noch Oh der hat sogar blau gedruckt Ja Wieder die 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 Leute Ja das geile ist ich habe einen aggro von dem anderen da gekriegt Von diesem Krieger Die ganze Hand der einfach durch den E-Fank genommen ist Also Deswegen Oh lieber den Wir haben kein blaues teil bekommen Oh 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 der ist hartnäckig Fuck Jetzt die mit der Kette auf Warum kann die nicht instant sein Oh 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 Das war's für heute. Mein Kata guckt uns gerade zu. Der ist böse? Böser als ich vorher angekommen habe. Ich finde ihn eigentlich harmlos. Ich meine, er hat nicht wirklich überraschende Attacke. Der zieht ja manchmal zu weit weg, Richtung Strand ein bisschen, sonst nachher hab ich mal... Wenn du den nicht gerade in die Safe Zone ziehst, brauchst du ihn eigentlich nicht befrüchten. Hey, er hat mir wieder Alkohol gechangt. Mit Sekunden kann ich erst mal in den nächsten Pott'n Zaun fliehen. Ich find Rippys dann auch schon wieder geil. Standort. So oft wie er stirbt. Wieso hat er schon mal mehr gehabt? Ich bin... Ich bin... ... 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 Einstecken kann er doch ganz gut. Wer, Rippy oder der Boss? Der Boss! Der droppt sogar mal was blaus. Die selben Stiefel, die ich jetzt schon zum dritten Mal gekriegt habe. Immerhin, wenigstens sind die besser. Muscheln, Muscheln, Muscheln. Egal, fangen wir an. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Äh, Moon ist aber noch nicht da, oder? Ja, aber dann sehen wir uns da, ja. Das war mein Ausfall, ich nehm schon wieder, verdammt. Darlj Ja Ja Du 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 Uuuh Nice one Nimm ich Nimm ich Hehehe Moment. Ihr habt euch am Dock, ey. Och nö. Oh oh oh. Nee, oder? Haben wir es wieder geschafft? Eigentlich nicht, aber... Wer hat Agro? Hat einer von euch Agro? Nö. Äh, ja. Wer? Wo? Auf im Kreis mit jemals? Keine Ahnung, oder? Nein. Oder nicht. Wat? Für den nicht fälligst her, Junge. Wie soll ich denn den Piercen, wenn der nicht hier ist? Wie soll ich denn mit Nuzi wohnen? Ich denke nicht. Ah, oder auch nicht. Komm zu uns, damit du den Kill noch kriegst. Oder bleib in der Nähe, mögen Sichtweite. Ja, los und geht's. Komm. Komm. Moons, gehst du dich. Moons, komm zu uns, komm zu uns, komm zu uns. Wo ist er hin? Oh, da wieser gar nicht. Da ist er. Hä? Du bist doch. Einer alleine ist zu Mainstream. Wow. Blau. Ich hab nicht die volle Agro gekriegt. Mit dem Skill. Nur blau. Blau ist auch die Vorstufe, oder nicht? Hä? Was willst du immer mit deiner Agro? Oh, rappy, rappy. Was? Nix. Du bist Tank. Ich versuch doch nicht Agro zu kriegen. Bin ich bescheuert? Ich krieg's ja immer, das ist das Schlimme. Ja, weil du Damage machst. Ja, klar. Das dürfte eigentlich nicht passieren, wenn ich nur Damage mache. Oh, das war sauber. Du, der fällt immer um, wenn er das macht. Echt? Hau ihn ruhig öfter oben, weil ich vergifte, wenn ich auf ungefallene Monster haue. Oh, Glückwunsch. Der hat die ganze Zeit einen 3er Stack Gift drauf. Von dir. Ja, das ist halt noch ein zusätzlicher Gift. Sicher? Ja, ist doch ein anderes Spiel als Deins, oder? Oh, ich hab keine Loopbox mehr. Ich hab noch genug. Hm. Ich hab vorhin extra welche hergestellt. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Nee, jetzt hab ich natürlich MP-Probleme. Hast du Mana-Rengeneration eine 4, wenn du mitgrittest? Nee. Solltest du dir mal anschaffen. Ja, das klingt eigentlich gut, aber so ein Kristall habe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich müsste. Kann man gucken. Echt. Ja. Warte mal, ich schaffe. Warte mal, ich schaffe. 5 Gold gibt er. Ja, 2 müssten wir noch killen für das Gilden-Quest, würde ich verschlagen. Ja. 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 A90 dejar which is on market.